Das hier ist das aktuelle Programm des Apollo Varité in Düsseldorf und dort tritt auch ein junger Mann auf, der nun bei uns seinen ersten Auftritt hier in dieser Show haben wird. Er macht eine fantastische Pantomime-Nummer und ist das erste Mal hier, wie ich schon gesagt habe, bei uns. Ein herzlicher Applaus für Fabian Kaschew. Das neueste Modell vom Renault. Renault, ein Kreatur vom Automobil. Na, na, na. Ja, das ist so. ARD Text im Auftrag von Funk 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 Lesson 1, Margaret goes to the market. Lesson 4, Elizabeth goes with Margaret to the market. Lesson 20, Margaret and Elizabeth are going to the market with their dogs. Yes, it will be episode of the market. Lass uns 161. Hello, Margaret. Where are you going? I am going to the market. And you, Elizabeth. I am also trans- Neck, 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 neck. Eeeehw! Ah, what the... Spam-huntings. Huh, 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 huh. K, 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 k. Eeeehw! Eeeehw! Meet, meet. Mmm. FAAI! Mm. N-N-N-N-N-K. Komm, komm, komm. M-M-M, hey! M-M, hey! Hey du da oben! Ja, ich schreck you. Und da ist, um... T-T-T-T. Oh nein. M-M... Less than 1.035... Andrew, he's hungry. Ah, bah tiens, quand même, ce n'est... He'd like to buy some food. Where? Of course, at the market. At the market. Fabien, c'est... Im Apollo in Düsseldorf. Vielen Dank. Und in Paris, merci.